So, es geht weiter mit Deadpool. Für viele, die sich jetzt fragen, warum meine Haare kürzer sind, es ist ein bisschen Zeit dazwischen gewesen von der ersten und der nächsten Aufnahme. Tobi, der übrigens auch wieder da ist, oder immer noch dabei ist, da ist er. Wir versuchen immer, die Spiele eigentlich immer relativ zeitnah um den einen durchzuspielen, aber manchmal dauert es doch ein bisschen länger. So, ich muss Rogue retten, die von den fiesen Schergen von Skeletor. Nein, nein, wie hieß der noch? Skeletor. Nein, Mr. Sinister. Oh, ist das ein Gegner? Oh, den mache ich von hinten platt. Und der sieht mich immer noch nicht. Ha! So, dann gucken wir mal. Mal gucken. Ja, ja. Oh, da ist noch einer. Der Pool ist nicht zimperlich. Gleich ein Pflaster sein. Ja, ja. Und immer einen lockeren Spruch draus. So, jetzt geht's los. Jetzt werden wir mal hier ruckzuck durchzocken, interagieren. Immer noch. Ich würde ja gerne sagen, so hier, wenn ihr dafür seid, dass Tobi sich und mir ein Bier holt, schreibt es in die, äh, ja, schreibt es in die Kommentare, aber das dauert mir zu lange, bis das Video veröffentlicht ist. Ja, toll. Ich habe mich gerade schon gefallen, warum ich noch kein Bier habe. Ich hole gleich. Okay. Okay, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie weiterkommen hier. Da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch, aber es muss hier irgendwie weitergehen. Okay. Soviel dazu. Okay, Deadpool. Jetzt mach was Cooles. Ah, da geht's auch. Okay. Ähm. Da geht's auch nicht weiter. Hallo, hallo, hallo. Ah, okay. Arena hier. Oh, okay. Station voll. Soll ich dir mal Bier holen? Ja, das mach mal, aber schnell, ja? Ich verdurstte ja nach sonst hier. Ich hole Bier und ich hole es schön. Ah, aber, aber, komm mal, du verpasst jetzt hier, wie ich die ersten Gegner plattmache. Yes. Und, ey. Jetzt gibt's Geschnetzeltes. Weil ich abnehmen will, Tobi. Ähm. Scheiße, in den Kamerl kommen. Tobi, äh, und ich. Oh, oh, neue Gegnerart, die sich aber selber in die Luft jagen. Das ist praktisch. Was wolltest du sagen, Tobi und ich? Ähm, Tobi und ich, wir haben darüber diskutiert, ähm, dass wir dicker geworden sind. Was? Du bist dicker geworden? Ich nicht. Noch Top-Info. So. Ja, die sehen das gar nicht, wo wir das aufnehmen, ne? Die sehen ja immer nur uns im Spiel. Stimmt. Jetzt sind wir mal André. Ja. Oh ja. Und André, müssen wir gleich mal eben das Feuerzeug rüber schmeißen, sonst kriegt das Bier nicht auf und ich will nicht ins Bild. Aber ich will ins Bild. Ich will nicht ins Bild quetschen. Mach meins bitte auch auf. Und mach es mit Liebe auf. Ja. Ja. Dann gehen wir noch anschließen hier. Prost. Prost. Hm. Also ich hab's hier jetzt mit einem Haufen Gegner zu tun, die sich selber in die Luft jagen. Was die Sache ziemlich einfach macht. Okay. Oh, ich glaub ich kann auch gleich mal wieder updaten. Ah, da geht's runter. Ha! Ist übrigens ganz schwer im Spiel irgendwie zwischen den Kommentaren von Deadpool was zu sagen, weil der Typ quatscht andauernd, ja? Das hab ich bei Zurich in Zukunft aber auch. Auch bei Uncharted, das sagst du immer, man. Du weißt ja nie auswendig, wann gerade was gesagt wird, ne? Und dann will ich gerade was sagen. Und dann, das hab ich bei, ähm, gestern ist mir das nochmal aufgefallen bei Back to the Future. Da ist Trixie mir andauernd ins Wort gefallen. Ja, wir produzieren das auch zwischendurch mal ein bisschen nebenher. Also mal ein Spiel und, äh, dann schneide ich am anderen Spiel weiter. Äh, weil wir die Sachen ja auch, äh, einzeln dann aufnehmen teilweise. Mhm. Und ich weiß jetzt grad gar nicht, wo's hier weitergeht, Tobi. Ja. Guck mal hier. Ich hab mir hier noch ein Passives. Ja, im Internet nach einer Komplettlösung. Oh Gott. Also Anglick weiß nicht, wo's weitergeht. Normalerweise, wenn wir so, äh, Shooter zu zweit spielen, bin ich immer der, der die Orientierung verliert. Tobi hat so ne schlimme Orientierung, äh, der einzige, der ne ähnliche Orientierung hat wie Tobi bei so einem Shooter, ist mein Bruder. Der dreht sich stundenlang im Kreis und, 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 äh, da ist ein Riesentor und der findet das nicht. Ah, da sind Gegner. Wo Gegner sind... Oh, explodierender Gegner. Ah, weggebeamt. Ah. Ich bin einfach super an dem Spiel. Oh. Die haben einfach keine Chance. Und das sind die Bösen. Und warum verdienen die es, verdienen die es zu sterben? Weil die Böse sind. Mehr Erklärung bedarf es nicht. Das ist doch die, äh, Begründung für die amerikanische Politik, Krieg zu führen. Ja, warte mal, bis Donald Trump an der Macht ist. Warum führen wir Krieg gegen die? Weil die Böse sind. Wir sind gut. Oh, ne Toilette. Ah, ich bin fertig. Okay, I get it. Never break the guy code again. Damn it, I can't think of any good dick jokes. Hahahaha. Der Deadpool ist echt ein Arsch, ne? Also, er ist aber schon eine feige Sau, muss ich sagen. Beim Pissen erschossen. Ja. Die hat ja nicht mal die Chance, irgendwie... ...ja, sich dagegen zu wehren. Also, ist echt... Wer schießt denn da? Ach, da hinten. Ich gehe erstmal hier rein. Was habe ich denn noch? Da habe ich schon ein cooles... Oh, hier. Oh, ich wollte mal gucken. Ähm, wir können ja wieder updaten. Habe ich die Hammer eigentlich schon? Ach ja, doch, das habe ich. Pulsgewehre? Ah, finde ich nicht so geil. Was ist das hier? Land-Meme finde ich schon wieder cooler. Pulsgewehre? Ist das so ein Elektroimpuls? Ja, anscheinend. Aber ich heiße ja in so Spielen so diese Laserscheiße. Ja, ich schieße am liebsten mit Kugeln. Ja, ich auch. Telamin und... Was sind das? Landgranaten. Ist auch für mich eine totale... Steht da drauf. Ja, das stimmt. Die Beton-Umbanäuze benutze ich immer auch in allen Spielen. Was haben wir denn hier noch... Oh, da habe ich ja... In die Zukunft habe ich die viel benutzt. Was haben wir denn hier? Was ist das? Erhöht die Anzahl aller Wurfobjekte um zwei. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich halte für jeden Achtung von mir. Gesundheit? Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist so eine Faschmüllmusik, ne? Bei Faschmüllmusik muss ich immer an das Lied Girl from Ipanema denke. Und so? Ja, die ist... 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 Was? Und ich habe jetzt nur noch so wenig IP-Punkte? Was für eine Scheiße, okay. Na gut. Warte, ich habe die Hammer noch gar nicht so oft benutzt. Jawohl. Jetzt gibt es was mit dem Hammer. So ein Gefer ist echt... Ich habe jetzt... Sie lässt es halt nur Ge... Äh, hier, Weißbriebe. Ja? Ja, und jetzt machen wir so ein Gefer. Das ist doch schön. Ja, ich habe dir ja schon gesagt, ey, Weißbier... Alter, wie alt bist du eigentlich, Hunder? Ja, Weißbier ist das schon... Ich mache das jetzt gerne. Zum Info, falls es jemand interessiert, wir trinken Jefer-Unsinne. Und besonders die Jefer-Bauerei. Hallo, wir machen gerne Werbung. Ja. Meldet euch doch mal. Oh, oh. Ich habe die Scheiß-Pistole. Was wäre das denn? Ich brauche hier was Geiles. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Das Mikro steht so weit weg. So, egal. Naja, egal. Ja. Musst du plötzlich lauter schreien. So. Okay. Jawoll. Ha! Super Move. Super Sprung. Oh, ich muss ein bisschen leiser auf die Tasten hauen. Oh ja. Das ist immer mein Problem. Ich gehe immer so mit bei den Spielen. Von wo bin ich jetzt gekommen, Tobi? Wo der Gegner herkommt. Ha! Ach. Oh Gott, bist du ein Eischatterstück. Hallo, das ist eine Pistole. Ich brauche was, was mir... Ah, hier. Okay, ich gehe mal näher ran. Einmal. Da ist noch einer, oder? Wie kann ich denn nochmal Granaten werfen? Ach so. Okay. Wo war der Typ? Ach da. Also mit so einer Shotgun bin ich gar nicht so ein schlechter Schütze. Mit einer Shotgun ist keiner schlechter Schütze. Aber auch nur auf einem Meter entfernt. So, okay. Wo sind die bösen Jungs? Wow, this is really, really freaking. I could swear I know you're from somewhere. If we got the last go together. Das ist ja eher Lake and Slay. Ja, ist es auch. Also... Ah, bald kommt wieder ein richtiges Action-Adventure. Tobi und ich warten sehnsüchtig auf Uncharted 4. Ja. Großartig. Einer unserer... Oh, das habe ich schon so oft. Aber ihr könnt es immer wieder erzählen. Ja. Auch bei uns schaden 1 und 2 habe ich das ganz gut gemacht. 3,4. Ja, großartig. Ich freue mich schon. Ja. Ich wollte nicht wieder verlegt worden. Aber ich finde Naughty Dogs für Öffentlich und Politik ganz cool. Also wenn wir sagen, nö, wir haben noch keinen Bock. Wir wollen noch diese Pine-Tuning machen und gucken, dass die ES-Besteller alle beliefert werden. Finde ich das cool und konsequent, wenn man das auch so macht. Ja. Und so lange die nicht für Ubisoft und Microsoft arbeiten, geht das auch noch. Wer die was? Für Ubisoft und Micro... Ne, Ubisoft und Quatsch. Electronic Arts. Electronic Arts. Ja. Ja, hin und wieder... Nein, wir wollen jetzt nicht irgendwie... Nein. ...ne, gegen die großen meckern. Aber bei Unity zum Beispiel, Assassin's Creed Unity hat es mich ein bisschen gestört. Die haben halbfertige Spiele auf den Markt gekauft. So nach dem Motto... Hey, das Spiel ist noch nicht fertig. Ach, egal. Das bemerken die Spieler gar nicht. Nein, es ist schon... Man merkt halt... Also auch nichts zu den großen... Also die Assassin's Creed Reihe ist großartig. Na, aber die haben immer mit denselben... Je größer... Oh, was ist das? Peter, Steadpool. Was ist die Firma, der Spiels? Ah, okay. Die haben es geupdatet. Ja, und je größer die Computer... Die Spiele führen werden... Ja. Je schneller wird halt aufs schnelle Geld geachtet, ne? Das ist doch... Ja, ja, klar. Obwohl ich Ubisoft loben muss für die... Unter anderem für die Far Cry-Reihe. Ja. Da ist neulich Far Cry Primal gespielt... Und da war ich... Oder waren wir beide echt begeistert. Ja. Wir würden gern von sowas auch mal ein... Let's Play machen... Aber gerade bei den Open World Sachen... Da ist man so lange dabei. Und wenn man wirklich alles machen will... Dann haben wir da vielleicht 100 Folgen zum Schluss. Und das ist mir echt zu viel. Ich weiß noch... Far Cry 4 hatten wir glaube ich... Beide... Zu... 100% durchgespielt. Ja. Wir haben irgendwie über... Fast 60 Stunden Spielzeit, glaube ich. Ja. Da haben wir auch wirklich alles gesammelt, ne? Auch ein tolles Spiel. Ja. Aber auch 3. Also 3 fand ich wegen Vast... Immer ein Genie-Prozumlich cool. Ja, Vast ist auch so... Also ich meine... Far Cry 3 ist auch so mein... Mein... Der Liebling... Äh... In der Reihe. War mein erstes Spiel auf der... PS4 überhaupt Far Cry 4. Das hat ihm ein Bundle damals gekauft. Ah, oh, okay. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh, sag mal! Könnt ihr mal sterben, Jungs. Ja, ich hab mir die doch relativ spielerhelfen gekauft. Ja, stimmt. Ich hab mir Playstation 4 geholt, als die ersten Spiele kamen, die für mich interessant waren. Weil ich hab's nicht so ganz eingesehen, mir... Die schon bei Release zu kaufen, weil da war noch nichts draußen, was mich interessiert hat. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, die PS4 kam... Kommt jetzt immer noch relativ... Also jetzt geht's mittlerweile, aber... Ähm... Jetzt so Mitte 2016 geht's los halt, ne? Ja, jetzt kommen wirklich die ganzen Sachen. Das erste Spiel, was bei mir im Bundle mit war, war... Ähm... Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Teil das war. Ah, jetzt komm ich nicht auf den Titel. Auch ne... Äh... Killzone. Killzone. Ich glaub, 4 war auch cool halt. Oder LittleBigPlanet vielleicht? Ne, 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 ne. LittleBigPlanet hatte ich für die PS3. Fand ich auch gut. Also ich... Ich mochte das wohl. Aber ist halt so ein Spiel, was ich finde... Also ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Ich hab ja auch nie irgendwie Levels gebastelt, aber so zum Spielen her... Äh... Hab ich da erst gewartet. Äh... Ja, da... Bis das billig rauskam halt, ne? Ja, klar. Von Hamcoid! Andrew und ich sind auch Fans von Episoden-Spielen, ähm... Da geht ja sowieso der Trend mal mehr hin zu Episoden-Games. Äh, find ich ganz cool. Und ich bin gespannt auf den... Auf die dritte Staffel von Walking Dead. Und ich hoffe auch immer noch auf ne Fortsetzung von, ähm... Zurück in die Zukunft. Also, ich fand das erste Spiel schon recht richtig richtig gut. Und es stand, äh... Zum Schluss Typical Tint. Und ich hab neulich mal irgendeine Stellungnahme von Telltale gelesen, der Steinberg und ich bevorsteh das irgendwann nochmal zu. Ja. Ähm... Es gibt ja schon jetzt ne Fortsetzung zu Walking Dead. Hast du doch gar nicht mitbekommen, ne? Äh... So wie damals 28... Ach so! Dieses Mikon, dieses Dreiteilige. Ja, das hab ich gelesen. Aber das ist ja noch keine dritte Staffel. Ne, ne, aber es ist so der Übergang dazu halt, ne? Also, drei Folgen sind das... Ist auch schon draußen. Hörst du schon als Box-Set? Ne, ne, das natürlich nicht. Ich bin nämlich ein großer Box-Set-Fan. Also, ich warte oft eisern, bis die Spiele in der Box-Edition ausfallen. Und so ging es mir auch bei Life is Strange. Und ich war ein bisschen neidisch, weil ich das toll fand, dass... Ich hatte das Spiel schon durchgespielt. Und ich war... Ich hatte Tobi echt, äh... Beneidet? Benitten? Beneidet, dass er es jetzt erst am Stück spielen konnte. Und ich praktisch fast ein Jahr, äh, ne? Ein Häppchen nach dem anderen, äh, zu mir nehmen konnte. Oh, jetzt hätt's interessant, glaub ich. Ich hör irgendwie Strip-Lokal-Mucke. Nicht, dass ich wüsste, wie die Musik im Strip-Lokal ist. Aber ich... Oh, ein Trick. Oh, ich werde erwartet. Eine Überraschungsparty? Okay, okay, okay. Wollt ihr fragen? Aber hallo! Na, Rogue kann warten. Da sind... Oh, guck mal, was ich jetzt für ein geiles Dings aufhabe hier. Was steht da? Die Puli oder Bee Puli? Ne, die Puli. Okay. Also, ich gehe erst mal... Die scheinen einen coolen Charakter zu haben. Um dich und das Volk zu mischen, okay? Oh, ich liebe es, wenn du dich mit dir... Ja! Jetzt ist das mehr wie... Was? Ich war nicht mit dir, du Kerl! Geh weg! Oh, es gibt acht Trophäen. Okay, die werde ich mir alle schnappen, die Trophäen. Ja, Ladies? Wie das... Oh! Oh, zwei Dinge. Ja, vier Dinge! Ja, vier Dinge! Ja, ja. Ach, die sind da alle spießig. Ich glaube, ich komme hier noch zum Schuss gleich. Oh, Psylocke, das ist die im schwarzen Dress, die so gothic-emo-mäßig aussieht. Du tanzt wie Ellie Sheedy im Breakfast Club. Ja! Aber original. Hast du die Szene vor Augen? Ja, habe ich. Oh Gott, jetzt... Äh, ich hoffe... Nee, das ist nicht Ellie Sheedy, das ist Molly Wingwall, die so tanzt. Ah, okay. Ja. Ja, aber original. Ladies, ladies, I don't mind repeat compliments. This party is awesome! Ja. Merk dir mal, wie die tanzt. Ja. Das muss ich dir dann einmal zeigen. Okay. Sag mal, habe ich dir mal Breakfast Club ausgesucht? Nee. Ich vermisse die. Ich habe auch ein paar Filme, die ich vermisse, aber ich weiß, die hast du auch nicht. Das weiß ich. Ich weiß noch nicht, wie ich die hinausgegeben habe. Also ein paar von dir habe ich mit. Ja. Oh, Gambit. Wird jetzt mit Channing Tatum verfilmt. Ah. Und Gambit kann mit seinen Händen so Sachen aufladen. Er hat am liebsten nur Spielkarten, die dann explodieren. Der kann die so... Ja. Und das ist so ein Frauenschwarm halt, ne? Der spielt dort... Das hofft doch auch in Wolverine auf, ne? Der hat eben einen Kampf gegen Wolverine. Ja, genau, genau, ja. Wurde der auch schon von Channing Tatum gespielt? Nee, nee, nee. Aber der hat da auch mit Karten in sich gebrochen. Ja. Okay, oh, ja. Wie sieht es hier aus? Hi, Deadpool. So, ich habe total gesagt, dass das nicht eine Ha-Party sein wird. Er sagte, sie kam nicht. Ich danke Gott, sie ist nicht cool genug, um mit Deadpool zu sitzen. Ich weiß. Ich kann nicht glauben, dass du dich bist. Ich bin schon eingeschlafen. Ich muss da weg. Diese Lageration ist so klitsch. Die machen nichts mit mir, die labern nur. Aber ich habe schon mit 5 von 8 Frauen geflirtet. Das ist schon ein guter Schnitt. Gibt es eigentlich No More Tea? Das ist von Aussie ausbauen. Ja. No more tea. Durch die ganze Tasche. Wieso kann man eigentlich jeden Aussie ausbauen? Das ist offensichtlich. Oh, Mann. Wie war so ein bisschen mein Typ gerade? Naja, gut. Anders als die Anna, die alle reich aussehen und diese guten Hafer haben wir schon. Ich glaube, er ging in den cheapen Motelrunden über die Straße. Das ganze Spiel sollte so genau sein. Finde ich auch. Oh, das sind irgendwie ein bisschen... Erkennt ihr noch die Adventure-Serie Leisure Suit Larry? Oh ja. Ich habe nur einen Teil von gespielt. Ich glaube Teil 5 oder so. Ja, Teil 5 haben die meisten, glaube ich, gespielt. Weil das war so der, wo das richtig groß rauskam. Teil 4 gab es nie. Es gab nur 1, 2, 3, 5 und 7. 6 und 7. War so ein Running Gag irgendwie. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alle. Die wollen alle nichts von mir. Ja gut, dann werde ich mal zu Rogue gehen. Die sieht ja ganz entspannt aus. Warte, bist du wirklich mit der Party fertig oder nein? Doch, ich bin mit der Party fertig. Hast du deine Freunde? Ja. Oh, 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 Daddy likes. Just wait, honey. I'm about to blow you away. Oh. What the hell? You mean this whole party was just in our head? Surprise! Das geile Beach Babe hat sich gerade in Hellraiser verwandelt. Mhm. Okay. Ich will die Pistole nicht. Ah! Kommt der? Ah, shit. Ich bin super. Ich bin super. Okay. Wo ist er hin? Ah, Mistkerl. Oh, oh, jetzt macht er mich aber echt platt hier. Moment. Ha! Ist da noch einer von dem Penner? Da oben. Okay. Okay. No more tears. So, und weg ist er. Ja. Die bösen Bubis sind hinüber. Okay. Die bösen Bubis? Die bösen Bubis. Okay. Das heißt. Ach, dass er die verschiedenen Spezialattacken nicht kann. Okay. Ach ja, für jede Waffe gibt es noch eine Spezialattacke. Stimmt, so war das ja. So, Jungs. Och, nicht noch mehr von den Pennern. Scheiße. So, wer war da noch? Stirb. Ah, ihr versteckt euch da, ihr Penner. Und du versteckst dich auch. Ah, manchmal, also, das habe ich schon öfters gesagt, aber die Kameraführung ist manchmal echt ein bisschen dumm gelaufen. Irgendwie, irgendwie, also nicht so. Okay. Oh. Weg. Der wirft die Granaten von euch Penner. Ich muss unbedingt meine Waffen updaten. Nee, das geht gar nicht. So. Geht's weiter? Oh, wer schießt da denn noch auf mich? Ach, da. Okay. Ah, Verbesserung verfügbar, okay. So. Okay, ich habe keine Shotgun-Munition mehr. Ich habe gar keine Munition mehr. Wer ist denn das? Jawoll, ihr nehmt das hier, ihr Penner. Ich versuche mal, was zu synchronisieren. Ja. Also, ich gucke dir gerade verwirrt zur Seite, wenn ich hier mit meinem Handy rumspiele, allerdings außerhalb des Kamera-Ausschnitts, die wir sehen können. Mhm. Das synchronisiert mich manchmal gar nicht zum Kontakt. Und dann wird noch keinen Spiegel machen. Ich will es mal so. Die Spiegel sind echt selten halt geworden. Ja, André, André versteht das nicht, der Fakt ist etwas nicht gemacht. Aber irgendwie. So. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? So, ich geh mal kurz bei den Updates gucken. Also, Moment. Hier auf Neue Verbesserung. Okay. No more Tills. Oh, hier krieg ich noch mehr. Mehr Geld für Kills. Also, nee, mehr Punkte. Zwei Patronen mehr. 15% mehr Schaden. Das ist auch geil. 20% mehr Schaden. Kann ich nicht mehr. Was haben wir hier? Ah, was hast du gemacht? Das Böse Regal. Das Böse Regal. Verstand das. Das ist das Regal. Okay, wo geht's jetzt weiter hier? Ah, okay, ich hab was. Okay, ich hab doch nix. Ah, okay, da hinten. Okay, klingt, als müsste ich da reinfassen. Das mach ich doch einfach mal. Wow, zack. Okay, ach. So. Das waren wir. Okay, ich brauch noch ein paar Kugeln. Hab ich schon. Jawoll. So. Also, liebe Kinder. Nicht zu Hause nachmachen. Jedenfalls nicht die unter 18. Nein, keiner nachmachen. Was? Ah, okay. Ich probier's nochmal. Hat geklappt. Hä? Wolverine. Okay. Das war wieder... Manchmal ist der Humor hier auch echt ein bisschen albern. Da muss ich Tobi schon recht geben. Ja, das hattest du mal gesagt. Ah. Ach nee, nicht ihr schon wieder. Ach, komm schon. Oh, Mann. Ja, los, komm schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Gut, ich schaff es auch nicht auszuweichen, ne? Ich bin immer so der Hau drauf, ey. Ja, aber ich glaub, dieses Spiel hat mich echt ein bisschen gewalttätig gemacht. Oh, das hört die FSK jetzt gerne. Aha! Vielleicht sponsern die uns ja. Äh, ich glaube, bei Spielen ist das die USK, ne? Oder so, ja? Ja, stimmt, das ist die USK. Oder? Dann erzähl ich jetzt Quatsch. Moment. Ich glaube, FSK. USK steht hier. So, wo muss ich denn jetzt hier längs? Aha. Aha. Oh, ich hab jetzt die Spezialtacke genau in die falsche Richtung gemacht. Oh, ich hab jetzt die Spezialtacke genau in die falsche Richtung gemacht. Übrigens, ach, Raphael Messer, das ist witzig, dass du das sagst. Ich hab gestern auf Amazon Prime den Ninja Turtles Film gesehen. Ja, und? Oh, Gott. Ja, weil es zu erwarten, ne? Aber... Jonathan Liebesman, ne? Ja. Von Jonathan Liebes... Du erzählst das Turtles, du wärst voll der berühmte Regisseur. Also, du wärst den Stanley Kubrick. Aber den kennen wir. Ja, das stimmt. Der hat irgendwas gemacht, was wir noch kennen. Ja. Guck mal nach. Aber produziert, der Mackey Bay, ne? Ja. Aber der war echt mies. Also, und die haben halt versucht, Humor durch irgendwelche popkulturellen Zitate zu erzielen. Aber die waren so, äh, so offensichtlich und, äh, ja, es wirkt so, hey, unseren Film muss man auch cool finden, wenn man folgende Filme kennt, halt, ne? Ja, okay. Ja, und es war scheiße animiert irgendwie alles. Und Shredder, Shredder war eine totale Enttäuschung. Okay. Apropos Turtles, Rocksteady, die die Arkham-Reihe machen, es wird gemunkelt, dass die ein Ninja Turtles-Spiel machen. Was natürlich sehr cool wäre. Oh, ja, das stimmt. Und Rocksteady, wenn ihr das hört, bitte macht ein Splitscreen-Zweispieler-Ding draus. Das wäre super geil. Ja, das wäre super geil, das stimmt. Ah, Rock of the Titans und Battle of Los Angeles. Ah, okay. Oh, und Texas Chainsaw Meister-Captor-Ding. Oh, das wusste ich gar nicht. Und Darkness Falls. Ach, echt? Darkness Falls? Jetzt bin ich überrascht. Darkness Falls, ein Film, der ganz tolle Ansätze hat, ne? Und den Sie mit der Scheiß-Wirze zeigen alles und animieren jedes, keine bisschen, was Ihnen gruselig sein soll, dass alles in die Scheiße geritten hat. Ja, weil atmosphärisch hat der Film tatsächlich keine gute Momente. Oh, ja, stimmt. Oh, ja, stimmt.